Oh, das war gut. Okay, fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. Schlicht und normal und nicht live. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die letzte Woche dieses Chaos mit mir mitgemacht haben. Ihr wisst, dass ich nicht gut bin in Hangouts und auch dieses Mal war es wieder ein einziges Chaos. Aber die zwei Sachen, die funktioniert haben, die haben sehr viel Spaß gemacht und nochmal Dank an alle, die dabei waren. Heute gibt es einen ganz klassischen Kaffeeklatsch, das heißt, ich muss mein Sätzchen sagen. Ich hatte eine schöne Woche. Ich war fleißig, ich habe mich mit lieben Menschen getroffen, unter anderem Sarah Sorceress, die kennt ihr bestimmt auch. Das ist die kleine Fee mit den bunten Haaren. Und es war einfach sehr, sehr schön, diese Woche einfach mal so ein paar liebe Menschen um mich zu haben und ein bisschen zu erzählen und Pläne zu schmieden und all diese Dinge. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und diese Woche ist mein Buch in den Druck gegangen. Denn als jemand, der noch nie ein Buch veröffentlicht hat, stellt man sich das alles irgendwie ein bisschen schneller vor, also ich zumindest. Und es ist einfach ein wahnsinnig langer Prozess und es steckt so viel Arbeit drin und so viel Kleingram und das ist endlich geschafft. Und an all die vielen Leute, die vorbestellt haben, ich kriege die Zahlen immer noch nicht in meine Birne, aber an alle, die die vorbestellt haben, das Buch wird am 4.11. verschickt. Kurz vorher kriegt sie nochmal eine E-Mail, wo nachgefragt wird, ob die Versandadresse noch stimmt, ob das die richtige Adresse ist, an die das Buch geht. Und dann wird es verschickt und ihr bekommt es und ich werde sterben vor Aufregung. Ja, das war so mit das Aufregendste diese Woche und das Surrealste diese Woche und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ansonsten habe ich das Wochenende genossen und vor allem diese wunderschönen goldenen Herbsttage, die wir hier in Berlin hatten. Es war wirklich Herbst vom Allerfeinsten, bunte Blätter und dieser Geruch von Laub und die Sonne von oben und es war so warm und man konnte die Jacke aufmachen und großartig. Wenn ihr vielleicht in einem anderen Teil von Deutschland lebt, dann sagt Bescheid, ich schicke euch das Herbstwetter mal, dass ihr auch was davon habt. Ansonsten habe ich mich auf nächste Woche vorbereitet, da stehen so einige Sachen an. Unter anderem kriegen wir Besuch von der Nichte von meinem Freund, also meiner Nichte in Spee. Viele Leute sind immer verwirrt, wenn ich sage in Spee, das heißt nicht, dass sie in Spee wohnt, sondern das heißt, dass sie ja noch nicht meine Nichte ist, weil ich ja noch nicht verheiratet bin, versteht ihr? Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil ich glaube, dass wir ein paar coole Tage haben werden und ja, das war meine Woche. Ihr könnt mir gerne wieder erzählen, wie eure Woche war in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch, auch wenn ich nicht alles beantworte, aber ich lese alles. Alles. Ich habe diese Woche unter anderem zwei Mails bekommen von zwei Mädchen, die über das gleiche Problem geschrieben haben. Und zwar tatsächlich über das gleiche Problem, denn sie sind so ein Dreiergespann an Freundinnen und diese beiden Mädels machen sich um die dritte im Bunde große Sorgen. Nennen wir sie Romy. Romy hat Probleme mit ihren Eltern. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, 14-jähriges Mädchen hat Probleme mit ihren Eltern. Das ist jetzt nicht so spannend, denn viele 14-jährige Mädchen haben Probleme mit ihren Eltern. Aber der Fakt, dass diese beiden Mädchen mir wirklich besorgte E-Mails geschrieben haben und sich wirklich Gedanken um ihre Freundin machen, macht mich schon sehr hellhörig, muss ich ehrlich sagen. Beide Mädchen beschreiben einfach unabhängig voneinander, dass Romy's Eltern wahnsinnig streng sind. Und vorrangig zu ihr, denn Romy hat noch eine jüngere Schwester und zu der sind sie überhaupt nicht so streng. Romy muss den Haushalt schmeißen. Das, was die Mädchen beschreiben, geht meiner Meinung nach über das hinaus, was eine 14-jährige im Haushalt leisten sollte. Klar hilft man beim Abwasch und man hilft auch mal durchsaugen und so weiter oder man macht sein Bett und räumt sein Zimmer auf zu Selbstverständlichkeiten. Aber Romy scheint wirklich deutlich mehr machen zu müssen und erschwerend kommt hinzu, dass die Eltern auch über gewisse Grenzen hinausgehen. Sie wird wegen Kleinigkeiten, manchmal sogar grundlos, angeschrien und es kommt nicht selten vor, dass sie geschlagen wird. Ihr bleibt dann nichts anderes übrig, als sich im Bad einzusperren, damit ihre Eltern ihr nichts tun können. Ihre Mutter kocht nichts, beziehungsweise nur wenn wir kommen oder anderer Besuch da ist, vielleicht um das gute Bild nach außen zu wahren. Der Kühlschrank ist nicht selten fast leer, ohne dass er wieder aufgefüllt wird. Die Eltern sehen gar nicht, was für eine tolle, verantwortungsvolle Tochter sie doch haben. Sie ist gut in der Schule, 8. Klasse, durchschnitt 1-3 und macht auch so keinen Ärger. Beide Mädchen beschreiben, dass sie zu dritt auch schon das Gespräch mit einem Lehrer gesucht haben, einfach um irgendwie eine Verbesserung herbeizuführen für Romy, denn der scheint es wirklich sehr, sehr schlecht zu gehen mit der ganzen Situation. Und sie waren sehr unglücklich mit der Antwort des Lehrers, denn der hatte geraten, dass sie ein Gespräch suchen sollen mit den Eltern. Romy möchte das absolut nicht, weil sie Angst hat, was passiert, wenn sie mit ihren Eltern danach alleine ist. Eltern-Kind-Beziehungen von außen zu bewerten, finde ich persönlich wahnsinnig schwierig, gerade wenn man die Parteien nicht kennt. Ich persönlich kenne ja jetzt nicht Romy und ich kenne ihre Eltern nicht. Ich höre quasi nur eine Seite der Geschichte und von daher ist es ein bisschen schwierig, da irgendwie zu sagen, derjenige ist im Unrecht, der ist im Recht. Das ist wirklich so, wie beide Seiten das empfinden. Und ich glaube, das ist auch die Krux und die Schwierigkeit für viele Erwachsene, von außen sowas zu bewerten, weil man natürlich nicht in eine Familie eingreifen will oder sich einmischen will, weil man einfach am schlechtesten von außen einschätzen kann, wie es wirklich ist. Aber der Fakt, dass mir zwei Mädchen solche emotionalen E-Mails schreiben und einfach in jeder dieser E-Mails unfassbare Angst um die Freundin zu spüren ist, lässt mich schon aufhören. Und vor allem der Fakt, dass sie geschlagen wird, macht mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Ich weiß, dass es in einigen Familien immer noch legitim ist und so praktiziert wird als Erziehungsmethode, seine Kinder zu schlagen. Ich begebe mich auf sehr nödes Eis, denn ihr wisst, ich habe keine Kinder. Das heißt, jetzt könnte man sehr gut argumentieren, ja, du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn man einfach unter Stress steht und wenn man Stress auf Arbeit hat und die beste Freundin spricht nicht mehr mit einem oder es läuft irgendwie alles schief, das Auto wird geklaut, keine Ahnung. Und dann kommt auch noch das Kind mit irgendwas, das einem da mal die Hand ausrutscht. Kann ich vielleicht ein kleines bisschen verstehen. Es gibt definitiv Situationen, wo auch Eltern Fehler machen, denn auch Eltern sind nur Menschen. Das sollten wir uns auch mal eingestehen. Aber ich habe über zehn Jahre gebabysittet. Das ist natürlich überhaupt nicht so, als würde man ein eigenes Kind haben. Aber ich habe schon so ein bisschen mehr Erfahrung als vielleicht manch anderer. Ich habe die unterschiedlichsten Kinder gesittet, von wirklich sehr, sehr klein bis relativ groß. Sehr, sehr pflegeleichte Kinder und sehr schwierige Kinder, die einfach an einem schwierigen Punkt in ihrem Leben waren. Die einen auch, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal zu Weißglut gebracht haben. Aber ich bin mit allen Kindern mit Ruhe und Gelassenheit und Erklären weitergekommen. Und ich bin echt keiner von diesen Menschen, der sagt, oh Hippie und freie Erziehung und das Kind soll tun, was es tun will. Und ich würde niemals was gegen mein Kind sagen. Ich glaube sogar eher, dass ich eine relativ strenge Mama sein würde und meinem Kind ganz klar die Grenzen zeigen würde. Aber ich würde niemals die Hand gegen mein Kind erheben, weil ich persönlich, ihr könnt da anderer Meinung sein, aber ich persönlich finde es einfach nicht richtig, meine körperliche Überlegenheit an dem Kind auszulassen. Denn am Ende versteht das Kind genauso gut, wenn ich ihm erkläre, ich möchte das nicht, weil. Ich möchte nicht, dass du auf die Straße rennst, weil da Autos fahren, die können dir wehtun. Also wenn ich mein Kind greife in meiner Panik und in der Angst, die die Situation für mich ist, wenn mein Kind gerade Richtung Straße rennt und meinem Kind eine paddelt. Ja, da kann man unterschiedlicher Meinung darüber sein, das weiß ich. Aber für mich persönlich ist Kinder schlagen einfach was Furchtbares. Und es tut mir so leid, dass Romy das erfahren muss. Und ich finde auch, das, was die Mädchen schreiben, dass Romy sich im Bad versteckt, weil sie Angst hat, dass ihre Eltern sonst nicht aufhören, ist alarmierend, ist absolut alarmierend. Und das ist lange über den Punkt hinaus, wo man sagen könnte, okay, das sind einfach Eltern, die gerade im Stress sind oder viel zu tun haben, dass ihnen mal sowas passiert. Wenn ein Kind solche Angst gegenüber den Eltern entwickelt und wenn selbst Freunde des Kindes, obwohl die Eltern wirklich alles machen, was die Mädels ja auch schreiben, es wird gekocht, wenn Besuch kommt und die Eltern sind sehr freundlich, wenn Besuch kommt, hat die eine Freundin auch geschrieben. Aber wenn trotzdem die Mädels diesen Druck, dieses Bedrückte in der Wohnung und auch in dem Verhältnis zwischen Romy und ihren Eltern empfinden, dann stimmt da sowas von was nicht. Ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr Mädels den Mut gefasst habt und das Gespräch mit einem Lehrer gesucht habt. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Anlaufstelle, weil der schon ein bisschen besser als ich jetzt persönlich einschätzen kann, wie ist die Situation. Natürlich ist das, was der Lehrer euch geraten hat, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, um irgendwas an der Situation kurzfristig zu verbessern. Das ist tatsächlich auch das Einzige, was ich euch raten kann. Kommunikation. Es gibt keinen Zaubertrank oder keine Geheimformel, die man sprechen kann oder kein Ritual, was man tun kann, um Eltern wach zu rütteln und ihm klarzumachen, dass da irgendwas nicht so richtig läuft, außer Kommunikation. Und natürlich ist es super schwierig, sowas einer 14-Jährigen zu raten, die einfach wahrscheinlich auch in der Situation ein bisschen gelähmt ist vor Angst, könnte ich mir vorstellen. Es ist nicht leicht und nicht jede 14-Jährige ist mutig genug und groß genug, um sich einfach gegen ihre Eltern zu behaupten. Das ist auch nicht so die richtige Formulierung, die ich suche. Aber um Sätze zu formulieren, die bei den Eltern ankommen, ohne zu sagen, du blöde Mutter, du blöder Vater, sondern wirklich Sätze, die ankommen. Sowas wie, ich habe Angst vor dir, wenn du mich schlägst. Ich will nicht, dass du mich schlägst. Ich fühle mich einsam. Ich habe das Gefühl, dass ich ein ewiger Fehler bin und dich unglücklich mache. Ich will dich nicht unglücklich machen. Ich habe Angst, dass du mich nicht mehr liebst. Einfach solche Sätze, die Eltern wach rütteln. Das ist so schwierig, solche Sätze zu formulieren, wenn man in dem Alter ist und schon gar nicht in der Situation, wo man merkt, oh Gott, gleich eskaliert es wieder. Dann im richtigen Moment den richtigen Satz zu sagen ist, glaube ich, in dem Alter sehr, sehr schwierig und ist nur für sehr, sehr wenige Leute möglich. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Angst gegenüber seinen Eltern entwickelt hat, dass man natürlich Konfrontationen scheut und dass man nicht das Gespräch suchen will, sondern einfach sich am liebsten verbuddeln will und gar nichts tun will. Aber liebst du Romy, so kommst du nicht weiter. Ich glaube und ich hoffe, ich setze damit nicht einen superschweren Rucksack auf, aber ich glaube, Romy, du kannst am besten einschätzen, wie schlimm die Situation ist. Von außen ist das so schwierig. Du musst wirklich dich hinsetzen und überlegen, haben meine Eltern einfach gerade eine schlechte Phase? Sind sie da in was reingerutscht? Haben sie vergessen, dass sie zwei Kinder haben und laden einfach Sachen an mir ab, ohne zu merken, wie sehr mich das belastet? Merken sie vielleicht gar nicht, dass sie meine Schwester und mich so unterschiedlich behandeln? Dann ist es auf jeden Fall super wichtig, dass du mit ihnen kommunizierst. Und wenn du das nicht kannst, einfach sie anzusprechen oder in der Situation zu reagieren, schreib ihnen einen Brief, wo du alles reinschreibst. Schreib ihnen, wie sehr du sie liebst und schreib ihnen, wie sehr du dir wünschst, dass die Situation wieder entspannter wird und schreib ihnen, dass du Angst hast und dass du immer mehr Angst hast, wenn sie dich schlagen und dass du das nicht mehr möchtest. Versuch einfach, so gut du kannst zu formulieren, du kannst auch gerne, wenn du das vorhast, wenn es dir irgendwie hilft, mir das schreiben, mir das schicken und ich gucke mal rüber und gebe mal so ein bisschen meinen Senf dazu. Manchmal hilft es, wenn jemand von außen da hilft. Biete ich dir nur an, kannst du gerne machen. Eltern lieben ihre Kinder und vielleicht brauchen deine Eltern einfach mal so einen kleinen Wachrüttler, der sie daran erinnert, dass sie da im Moment gerade beschissene Dinge tun. Es tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich persönlich finde es einfach, empfinde das als furchtbar, seine Kinder zu schlagen. Wenn du aber das Gefühl hast, das hat diesen Punkt lange überschritten und wenn du sogar das Gefühl hast, wenn ich sie ansprechen würde oder wenn jemand von außen sie ansprechen würde, dann würde es böse Folgen für mich haben, dann solltest du andere Wege gehen. Such das Gespräch mit deinem Lehrer, versuch vielleicht auch erstmal ohne deine Eltern mit ihm gemeinsam zu beraten, was sind die Möglichkeiten, die du hast. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, aus dieser Familie rausgeholt zu werden, wenn du das Gefühl hast, ich bin da absolut nicht sicher, ich muss um meine Gesundheit und mein Leben fürchten, dann solltest du definitiv mutig genug sein und Angebote des Lehrers annehmen, dir einfach Hilfe zu suchen. Wenn du sagst, okay, dein Lehrer ist irgendwie schon so ein Ansprechpartner, aber vielleicht nicht jemand, dem du so vollkommen vertrauen kannst, vielleicht merkst du auch, dass der an seine Grenze stößt und auch nicht weiß, wer damit umgehen soll. Ich kann dir auch nochmal in die Infobox das Sorgentelefon packen. Da kann man anrufen, das kostet nichts und kann einfach seine Situation schildern und ist von Leuten betreut, die einfach ein bisschen mehr Ahnung haben, die sich auskennen in den Strukturen. Ich persönlich weiß jetzt nicht, was die nächsten Schritte wären, wenn du aus der Familie raus wollen würdest. Die Leute können dir das dort sagen und können dir Tipps geben. Versuch ehrlich mit dir zu sein und einzuschätzen, ist das gerade was, wo ich mich reinsteiger, weil ich vielleicht neidisch bin auf meine kleine Schwester. Ich sage nicht, dass es so ist, aber manchmal muss man ja ehrlich zu sich sein und sagen, okay, vielleicht schieße ich gerade ein bisschen mehr gegen meine Eltern, als es sein muss. Aber wenn du das Gefühl hast, es ist wirklich eine Situation, die dich bedroht, tu was dagegen. Bleib nicht sitzen und ertrag es, denn das hast du nicht verdient. Du bist kein Abfall. Du bist nicht jemand, den man von A nach B schubsen kann. Du bist kein Hausmädchen. Dein Job ist es natürlich auch, deine Eltern zu unterstützen. Das musste ich auch. Also klar, ärgert man sich darüber. Jetzt muss ich hier abwaschen oder jetzt muss ich da saugen. Oh, es nervt mich und so weiter. Aber es gehört schon dazu. Aber es ist nicht dein Hauptjob. Es ist nicht deine Hauptaufgabe, den Haushalt zu führen. Deine Hauptaufgabe ist, Kind zu sein und in die Schule zu gehen und dein Bestes zu geben und mehr nicht. Das war's. Das sind all deine Aufgaben. Du darfst Kind sein. Du darfst auch mal faul sein. Du machst es sehr, sehr gut in der Schule. Da dürfen sie sich eigentlich überhaupt nicht beschweren und vielleicht haben sie einfach nur verlernt zu sehen, was sie an dir haben und müssen da so ein bisschen dran erinnert werden. Ich hoffe es sehr, dass es der Fall ist. Ich drücke dir alle Daumen. Wenn ihr, die ihr zugeguckt habt, so ein bisschen hellhörig geworden seid und vielleicht irgendeinen Fakt, den ich jetzt übersehe, besser deuten könnt und sagt, okay, da habe ich dir einen ultimativen Tipp, da kann man das und das tun, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir brauchen echt jede Hilfe, die wir kriegen können und ich mag das total, dass wir alle immer unsere Erfahrungen in den einen Topf werfen und derjenige, der Hilfe braucht, der kann sich dann quasi rauspflücken, was ihm wirklich helfen kann. Das wäre ganz, ganz toll. Wahrscheinlich wird einem in so einer Situation Selbstbewusstsein sehr gut helfen. Wenn ihr das nicht habt und nicht wisst, wie ihr das kriegen könnt, dann habe ich hier dazu einen Kaffeeklatsch für euch und wenn ihr Probleme damit habt, zu verzeihen, wenn Menschen Fehler machen, denn ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, habe ich hier dazu einen Kaffeeklatsch für euch. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Liebe Grüße an Romy, halt die Ohren steif und passt gut auf euch auf und wir sehen uns am Dienstag, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.